Und das lässt diese Szene am Ende nochmal im ganz anderen Licht erscheinen. Fast schon so als etwas... Ja, also ich trinke zwar eine Milch, aber ich bringe mich dafür um. Moin ihr Lauser! Und herzlich willkommen bei KrachmuckaTV. Ich bin Ernie und heute reden wir abschließend über das Thema Lords of Chaos, der Film. Ich habe schon zwei Videos zum Thema gemacht. Einmal bevor ich den Film überhaupt gesehen habe, dann direkt danach. Und heute wollen wir uns die ganze Nummer mal ein bisschen im Detail angucken. Und dafür habe ich hier ordentlich was vorbereitet. Ihr kennt so meine beliebte Phrase. Dazu kommen wir später noch. Weil gleich möchte ich noch was erzählen. Heute habe ich mir aber schön hier acht Seiten da ausgedruckt und das alles hier fertig gemacht. Dort gehen wir stringent durch. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts vergesse. Ich hoffe auch, dass das jetzt heute nicht zu abgelesen wirkt. War mir aber wichtig, dass ich jetzt keine Details und Facetten vergesse, die ich mir, nachdem ich den Film jetzt mittlerweile dreimal angeguckt habe, aufgeschrieben habe. Bevor es losgeht, ja Mensch, wir nähern uns in riesen Schritten dem Staffelfinale am 31. Juli. Ist doch noch ein bisschen hin, sagt ihr. Ja, ist es auch. Aber für uns ist das alles so ein bisschen anders, weil wir jetzt nämlich am Ende des Monats umziehen. Zum 1. Juli ist es dann alles im neuen Haus. Vor zweieinhalb Monaten, ihr habt da mitbekommen, ihr habt gekündigt worden. Großes Drama, alles schrecklich. Hat sich alles gelegt. Haben was Tolles gefunden. Und sind dann auch ab nächste Woche dabei, das neue Studio zu tapezieren. Freue ich mich mega drauf. Und wir müssen natürlich jetzt zusehen, weil ich das ganz gerne, ich mag das Staffelding. Ich gucke gern Serien. Und deshalb machen wir jetzt hier die zweite Staffel komplett hier so schön. Da kommt bis heute diese Schichte. Dann habe ich noch zwei weitere Geschichten. Da machen wir was über Viber Metal Reloaded. Natascha wird da uns ein paar Alben nochmal auflegen, über die ich was erzählen werde. Dann gibt es natürlich das Staffelfinale, wo ich resümiere, was jetzt im ersten halben Jahr alles schon an Mucke erschienen ist. Viel zu viel. Ich sehe zu, die Dungeon-Zünd-Geschichte noch fertig zu kriegen vor der Sommerpause. Und eine weitere Sache kommt dann auch noch. Aber heute geht es um Lords of Chaos. Und bevor ich loslege, möchte ich darauf hinweisen, dass ich, nett zur Verfügung gestellt von Studio Hamburg, drei DVDs von Lords of Chaos bekommen habe, die ich am Ende der Show gerne verlosen möchte. Also bleibt dran, hört euch das alles an. Und wenn ich damit jetzt schon anfange, dann müssen wir natürlich überlegen. Ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, wie erzähle ich denn das Ganze jetzt so? Ist das jetzt ein riesen Spoiler-Ding? Man sollte den Film möglichst vorher gesehen haben oder abschalten, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Und wisst ihr was? Da sage ich ganz einfach, die Story von diesem Film, die kennt jeder. Da kannst du nichts spoilern. Alles, was ich jetzt erzähle, so, das ist Allgemeinwissen. Wir wollen uns hier im Detail, und darum geht es, was erwartet euch jetzt hier, mit diesem Film mal auseinandersetzen. Ich habe mir hier einige Sachen aufgeschrieben. Ich habe mir Interview-Auszüge ausgedruckt. Ich habe mir Kritiken, die ich ganz häufig von euch im Internet gelesen habe, aufgeschrieben. Verschiedene Statements der verschiedenen Bands habe ich mit da drin. Filmfehler und so weiter. Was ich nicht machen werde, ist Folgendes. Ich gehe jetzt nicht in Filmszene für Szene durch und sage so, das hat aber so nicht stattgefunden, das hier war auch alles so nicht richtig. Dafür ist es ein Spielfilm. Und der hat nun mal seine künstlerische Freiheit. Und, wie ich schon sagte, kommen wir gleich zu, das Thema künstlerische Freiheit, das werden wir natürlich auch uns mal ein bisschen genauer angucken. Eines der auffälligsten Dinge gleich am Anfang. Buchverfilmung, heißt es immer. Wir haben hier, da habe ich den Kollegen hier, der hat übrigens noch gar keinen Namen, wisst ihr das? Es geht ja im Grunde genommen immer ein hier, die Buchverfilmung von Lords of Chaos, dem Buch. Von Michael Monihan und Dietrich Söderlind. Und da muss ich gleich schon mal sagen, ich habe mir den Tisch hier so vollgestellt. Ich lege das jetzt erstmal nach hinten. Halte hier übrigens nochmal das gute Slam-Magazin in die Kamera. Die haben nämlich einfach nochmal ein kleines Special zum Thema Black Metal rausgehauen. Schöne Sache, super Chefredakteur. Kann man nur empfehlen. So, dann kann ich das jetzt nämlich auch einmal kurz hier weglegen. Genau, es ist keine Buchverfilmung. Lords of Chaos, das Buch und der Film haben den gleichen Titel. Aber bei Metal 1 Info hat Jonas Ockerlund ein Interview gegeben. Und da habe ich hier einen Auszug mir rausgeholt. Und den möchte ich jetzt einfach mal vortragen, damit ihr wisst, was Sache ist. Lords of Chaos ist keine Buchverfilmung. Zitat Jonas Ockerlund. Ich hatte die Idee zur Verfilmung der Geschehnisse tatsächlich schon bevor das Buch erschienen ist. Ist klar. Grunde genommen wurden hier ja einfach nur Sachen aufgeschrieben, die Jahre vorher schon kursiert sind. Wenn man viele Magazine gelesen hat, dann kennt man den meisten. Kennt man die Grundgeschichte. Ich habe es damals 1998 zum ersten und einzigen Mal gelesen. Meine Recherchen für den Film gingen weit über das Buch hinaus. Wir haben viel recherchiert, indem wir alle Dokumentationen angeschaut, alle Bücher gelesen haben, die Polizeiberichte, die übrigens hier im Verlauf noch mal entscheidende Rolle spielen werden, studiert und Leute getroffen. Als wir das Drehbuch schrieben, gab es so viele Interpretationsmöglichkeiten. Das Buch Lords of Chaos war nur eine davon. Im Vorspann steht, dass der Film von dem Buch Lords of Chaos inspiriert ist. Der Grund, warum wir die Rechte, und das ist das Wichtige, die Rechte an Lords of Chaos gekauft haben, war aber vor allem, die Namensrechte zu klären. Ich dachte immer, dass wir den Titel später zu etwas anderem ändern würden, sagt Jonas Ockerlund. Aber wir haben uns irgendwie in den Titel verliebt. Dann habe ich dieses Logo entworfen, das, was ich wirklich mochte. Und bevor wir es wirklich merkten, war es genau der Titel, den wir wollten. Und natürlich, Lords of Chaos, wenn du diesen Titel hörst, dann verbindest du sofort die Geschehnisse in Norwegen Anfang der 90er damit. Kleiner Fun-Fact am Rande. Lords of Chaos selber hat eigentlich gar nichts mit den Norwegern zu tun. Das ist nämlich einfach nur in Bezug auf eine Gruppe von amerikanischen Kriminellen hier in dem Buch vorgekommen. Die selber, in Norwegen ist dieses Lords of Chaos so als Begrifflichkeit, hatte das überhaupt gar keinen Bezug. Das ist schon mal das Erste. Aber das ist halt so ein klassisches Ding, von dem, was man mit Lords of Chaos in Verbindung bringt. Wer hat das Buch wirklich komplett von vorne bis hinten gelesen? Also gut, ich habe es gelesen, aber man sieht halt den Titel und wie er dann halt so ist. Und damit können wir dann jetzt auch einsteigen. Eine Frage, die ich gestellt bekommen habe, und das ist der nächste Punkt. Until the Light Takes Us oder Lords of Chaos? Diese Frage stellt sich gar nicht. Denn Lords of Chaos ist ein Spielfilm und Until the Light Takes Us ist eine Dokumentation. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge mit verschiedenen Ansprüchen. Eine Dokumentation, in diesem Fall von Until the Light Takes Us, muss man natürlich ganz klar sagen, da ist ein hoher künstlerischer Anspruch. Das ist eine ganz tolle Dokumentation, überhaupt gar keine Frage. Es ist eine großartige Dokumentation, die man auch gesehen haben sollte. Wie man im Grunde genommen, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, wie man alles aufsaugen sollte. Bis hin zu den vielleicht auch etwas furchtbaren Weiß-Geschichten. Also hier der Film Lords of Chaos ist ja auch von Weiß. Da ist ein großes Raunen durchs Kino. Da kam sich ein Kinosaal, als das Weiß-Logo da aufblinkte. Und gerade die deutschen Sachen sind ja ein bisschen merkwürdig und das muss man immer ein bisschen vor sich genießen. Ihr kennt ja die Doku mit Gal, wo das arme Filmteam ihm da hinterher rennt, brüchend mit Eis und Schnee. Kein Plan hat von dem, wovon er redet und so. Aber lass uns hier beim Thema bleiben. Lords of Chaos ist ein Biopic. Das ist ein Begriff, den du hast in letzter Zeit ständig. Also diese Coming-of-Age-Thriller, würde ich sagen. Ein bisschen Horror-Elemente mit dabei. Und was eben ein Film im Gegensatz zu einer Doku an Freiheit hat, ist diese künstlerische Möglichkeit, Dinge so darzustellen, wie man sie darstellen möchte. Jetzt hast du natürlich die Schwierigkeit, wenn du eine Geschichte erzählst, wie in diesem Fall die Geschichte von Mayhem aus den Anfangstagen um Eronymus, um den Tod von Dad, um Vagvickernis. Dass es natürlich gewisse Fakten gibt, an die man sich so halten sollte. Und wenn man da zu viel so ein bisschen die Dinge so außer Acht lässt, dann hast du vielleicht den einen oder anderen Nerd, der dann mal so sagt, ja gut, aber das stimmt ja jetzt alles so nicht. Und deshalb ist das ein schmaler Grat, wenn ich sage, du hast einen Film, den du guckst und der hat künstlerische Freiheit. Aber es müssen natürlich auch gewisse Rahmendaten stimmen. Und wo dann immer so dieser schmale Grat ist, das ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Deshalb habe ich ja gesagt, ich gehe jetzt nicht den Film Szene für Szene durch und sage so, nein, aber die haben ja gar nicht alle im Auto gesessen, als sie sich das Morbid-Tape angehört haben, sondern das macht keinen Sinn so. Aber ich habe hier ein paar Kleinigkeiten trotzdem rausgefunden. Und Lords of Chaos macht natürlich eine Sache gleich am Anfang geschickt mit dem Untertitel. Based on Truth, Lies and What Actually Happened. Also es basiert auf der Wahrheit, auf Lügen und dem, was eigentlich passiert ist. Also er, Jonas Ockerlund, schafft sich also die Freiheit überhaupt, manche Dinge so darzustellen, wie er sie interpretiert. Und somit hat ein Film, würde ich jetzt einfach mal sagen, auch keinen hundertprozentigen Wahrheitsanspruch. Wobei wir natürlich bei der historischen Korrektheit sind. Und da haben wir dann Filme. Mir fiel zum Beispiel gleich als erstes ein Sid und Nancy. Die von Sid Vicious und Nancy Spang, die Geschichte von 1986. Gary Oldman als Sid Vicious, großartiger Film. Also die Liebesgeschichte der beiden, die aber unglaublich viel mit Drogen zu tun hat. Und auch so den Abstieg oder den Fall von Sid Vicious verdeutlicht hat. Ist es da wichtig, ob das und diese und jene Szene so real stattgefunden hat? Ich denke nein, weil du diesen Film guckst und am Ende ein gewisses, ja, mein Lieblingsbegriff, Gefühl entwickelst dafür, wie es sein konnte. Bohemian Rhapsody zum Beispiel auch. Ich habe mit der Geschichte von Queen sehr wenig am Hut. Ich kenne die Biografie kaum. Die Songs, die dort gespielt wurden, kannte ich alle. Aber so konnte ich den Film gucken und habe mir erst im Nachhinein erzählen lassen müssen, dass da sehr viel falsch gewesen ist, sehr viel falsch dargestellt worden ist. Ich fand den Film selber super. Jetzt auch The Dirt, die Geschichte von Mötley Crue. Wie gesagt, diese Biopic-Geschichte, das ist im Moment halt einfach angesagt. Aber da kommt dann wahrscheinlich auch so das eine oder andere noch. Und ja, genau, das hast du. Und ich hatte, sonst würde ich jetzt nicht ein drittes Video zu diesem Film machen. Ich fand diesen Film, Lords of Chaos, super. Beim ersten Mal echt großartig. Beim zweiten Mal auch in der deutschen Fassung immer noch gut, wirklich gut. Aber das liegt daran, dass ich dann eine Linie gezogen habe. Ich gucke einen Film und kann mich fallen lassen. Und dann gucke ich diesen Film. Natürlich hast du da so ein bisschen den nerdingen Anspruch. Du guckst hier und hast da so ein paar Sachen, wo du denkst, das stimmt jetzt aber nicht so ganz. Aber das Gesamtpaket stimmte. Und das ist für mich das Wichtige. Und deshalb ist es auch jetzt, auch wenn eine Menge Kritik jetzt kommt, es sind auch Sachen dabei, die ich jetzt eigentlich ganz furchtbar finde. Aber trotz der Kritik, die jetzt kommt, kann ich den Film so als solches für sich nehmen und sagen, der ist immer noch wirklich gut. Und was dieser Film, das habe ich aber auch schon erzählt, sehr, sehr schön macht, ist das Darstellen von diesen ikonischen Bildern, die man alle kennt. Ob sie da nun, ich glaube, Bushaltestelle, vor der Wand da mit dem Mayhem-Logo sitzen. Diese ganzen Bilder, die nachgestellt werden, wo entweder direkt sogar Fotos und Filme gemacht werden oder wo man diese Szenen so sieht. Auch Wack wie Kern ist nachher, wo er da interviewt wird und sich da vor seine Wand stellen soll, da mit diesem komischen Messer-Schlagring-Ding und so weiter. Das sind ganz tolle Sachen. Quellenlage. Quellenlage ist auch ein Punkt. Jonas Ockerlund hat gesagt, er hat sich vor allen Dingen auch auf Polizeiberichte gestützt, hat alles aufgesogen, was er zu dem Thema finden konnte. Interviews, Magazine, Dokus. Und da kommen wir jetzt zu so einem ersten Punkt. Er hat sich halt auch viel mit den Eltern von Euronymous da auseinandergesetzt, mich mit denen unterhalten. Und da hast du natürlich so ein Ding, wenn du weißt, dass dieser Film darum geht, um die Geschichte, Dad steht jetzt so ein bisschen außen vor, um die Geschichte zwischen Euronymous und Wack wie Kernes. Es ist natürlich vollkommen klar, dass wenn du dann ausgerechnet nur mit der Familie sprichst und Wack wie Kernes komplett außen vor lässt, dass dann natürlich so eine ganz gewisse Richtung schon irgendwo logisch vorgegeben ist. Und da muss man dann fragen, inwieweit das auch alles so dann glaubhaft ist oder nicht doch ein bisschen auch gefärbt. Und Probleme sind bei der ganzen Sache, das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass du mit Black Metal ein Genre hast, was im Gegensatz, ja, da kannst du auch Death Metal, Thrash Metal und die ganzen anderen nehmen, tunlichst versucht natürlich zu vermeiden, die Wahrheit hinter der Maske zu zeigen. Nicht deshalb tragen sie Corpse Paint, sie tragen Corpse Paint, um etwas Bestimmtes auszudrücken. Aber das Individuum dahinter spielt gar keine so große Rolle. Diese Anonymisierung natürlich auch durch die Pseudonyme, die sie sich geben. Und dann muss man natürlich immer mal überlegen, was kann man denn auch aus Interviews rausziehen? Was ist glaubhaft? Und was ist nicht irgendwo auch ein bisschen überlagert? So die verqueren Ansichten der Protagonisten aus der damaligen Zeit. Ich meine, das waren alles Teenager. Also wenn du guckst, Euronymous ist 68 geboren, der ist mit 93, mit 25 umgebracht worden. Bart W. Kern ist 73 geboren, ist heute 46, zum Tod von Euronymous war er 20. Und Dad war 22, als er tot war. Denk mal selber drüber nach, wie man zu der Zeit halt auch drauf war. Und ich denke auch, vieles aus der Zeit, wenn ich da auch an gewisse Aussagen von Hellhämmer denke, zum Tod von Dad und verschiedenen anderen Geschichten, ich glaube, da sagst du auch in Interviews andere Sachen als das, was du wirklich meinst, weil du willst ja jetzt auch nicht als Waschlappen rüberkommen, wenn die ganzen Sachen danach herausgekommen sind. Da erzählst du ja nicht, dass uns das getroffen hat. Das war ein Necrobutscher, der relativ klar gesagt hatte, wie das denn ist hier mit Dad aufs Cover draufhauen und so, wie das geplant gewesen ist. Und ja, klick, weiter bei der Quellenlage. Dad ist tot, Euronymous ist tot. Waag als Quelle ist nun mal einfach schwierig. Ich möchte jetzt hier nicht, ich möchte wirklich versuchen, die ganze Sache neutral zu beachten, weil jetzt irgend so ein Bashing rauszuholen, das wird jetzt auch so meinem Anspruch nicht gerecht. Oka Lund sagt zu der Sache, Waag hat diese Geschichte öfter erzählt als jeder andere, dadurch, dass er dann irgendwann ins YouTube-Geschäft natürlich eingestiegen ist. Aber jedes Mal klingt sie halt anders. Und wenn man dann auch weiß, dass Waag Wickernis so nach dem Film oder als er dann erschienen, sieben Videos dazu gemacht hat, die alle irgendwie den Unterton haben sollen, dann ist ihn das ja eigentlich gar nicht interessiert. Ist so eine Sache. Und was Teenager erzählen und was so auch für Waag Wickernis gilt, er gilt dann nur auch als sehr smart, also intelligent und er ist sehr redegewandt. Das siehst du nun mal auch auf seinem Kanal, wenn er redet. Er kann dir Sachen erzählen, wo man nur ein bisschen unbedarft ist, dann glaubst du das natürlich alles. Und das ist natürlich das Geschickte oder auch das Perfide natürlich. Und das ist ja auch nicht so, dass alles, was er sagt, immer alles gelogen ist grundsätzlich. Es sind aber wahrscheinlich immer mal so gewisse Elemente und auch so, wie er über Euronymous auch heute noch redet. Gut, ob dann die Wut immer noch so groß ist oder wie auch immer. Oder das Darstellerische. Da will ich mich jetzt auch nicht festbeißen. So, dann haben wir das. Also die Quellenlage. Wo holt man sich die Information raus, um einen Film zu drehen? Und dann hast du diese ganzen Quellen und diese ganzen Geschichten und dann hast du diesen Eindruck erweckt, du würdest Lords of Chaos verfilmen, was du überhaupt nicht tust. Und dann ist so eine erste Kritik, die erstmal natürlich verständlich ist, wenn du davon ausgehst, die Verfilmung ist doch vollkommen unvollständig. Wo sind Emperor? Wo sind Dark Throne? Du hörst kaum Musik in diesem Film. Es ist halt kein Musikfilm und es ist auch keine Historie des Black Metals. Es ist wirklich die Geschichte von Mayhem mit dem Zentrum, Vag, Dead, wie gesagt, Euronymous. Und gut, Faust wird dort auch noch thematisiert, weil es eigentlich immer in einem Atemzug genannt wird. Neben den Kirchenverbrennungen und dem Mord und dem Selbstmord ist natürlich auch der Mord von Faust immer ein prägnantes Thema. So kann ich mir schon vorstellen. Ich denke, man hätte es aussparen können. Ich sehe keinen Grund dafür, aber auch irgendwie nicht so richtig dagegen. Da bin ich so ein bisschen, die Sequenz ist in Ordnung. Aber sie ist jetzt nicht unbedingt, sagt die nicht für den Film. Es ist halt wirklich so dieses Coming of Age. Aber da nehme ich dann jetzt einfach mal so einen Film wie Metalhead, der isländische. Der hat den Vorteil, dass dann natürlich keine wahre Geschichte gewesen ist, die erzählt worden ist. Es ist auch ein Coming of Age von dem Mädel, das sehr früh ihren Bruder verloren hat. Die dann versucht über Musik, Black Metal, versucht klarzukommen mit der ganzen Geschichte. Dadurch, dass das aber keinen realen Hintergrund hat, hat man da sehr viele Freiheiten und du hast einen sehr atmosphärischen Film. In diesem Fall hast du natürlich immer so die Geschichte, dass irgendwo das Ganze ja doch für viele Zuschauer auch einen dokumentatorischen Anspruch haben soll. Aber es ist wie gesagt kein Musikfilm. Und zweite Kritik, ich habe mir hier fünf aufgeschrieben, ist natürlich, ja, das ist immer der Klassiker. Er macht halt jetzt alles wegen der Kohle und das Thema auszuschlachten. Aber mal ganz ehrlich, Jonas O. K. Lund, der hat Videos für Madonna gemacht, der hat Videos für Rammstein gemacht, der hat an dieser Verfilmung Jahre, ich glaube irgendwie zwölf Jahre gesessen. Und es war zeitweise auch vollkommen unklar, ob der Film dann überhaupt noch rauskommt. Der Wilson-Gonzalez Ochsenknecht hatte sich für die Rolle beworben, hat irgendwann überhaupt nichts mehr gehört, war total gefrustet, hat er dann nochmal nachgefragt. Plötzlich hieß es dann doch, jetzt geht es dann los. Meint ihr nicht irgendwie, also, dass da schon, da ist, und wenn man den Film dann auch gesehen hat mit diesen ganzen Feinheiten, das ist schon so, da sind so viele Feinheiten drin, wenn er wirklich, wenn er es wegen der Kohle gemacht hätte, weißt du was, dann hätte er ein neues Rammstein-Video gemacht, dann hätte er ein Madonna-Video gemacht oder irgendwas anderes oder hätte irgendein Mainstream-Thema verfilmt. Klar ist, ich weiß jetzt auch so, weil ich meine Bezugsperson bei Studio Hamburg, Tore, Moin, weiß ich natürlich auch so ein bisschen was so. Und natürlich hat Jonas Ockerlund da auch teilweise vielleicht so ein bisschen etwas hohe Erwartungen an den Film, so ich sag mal jetzt Oscar, oder wenn man überlegt, so was er dann für haben wollte, zum Verleih und die ganzen Geschichte. Aber da muss man auch realistisch bleiben. Es ist jetzt vielleicht kein Art-Haus-Film, so in dem Sinne, aber da ist auch jetzt nichts, naja, ich sag mal in der Größenordnung von Herr der Ringe oder Avatar oder hier Avengers Endgame, so, da muss man ganz realistisch bleiben. immer so Kohle und so ein Film kostet ja natürlich auch Geld. Das ist halt ein bisschen mehr, als ob jetzt 500 CDs zu pressen und da irgendwie ins Studio gegangen zu sein. Das ist so die Sache. Also der Kommerzvorwurf, den muss ich, den finde ich ein bisschen merkwürdig. Kritik 3 ist natürlich die Demystifizierung und die findet statt, ganz klar. Wenn du diesen Film guckst, hast du einen Film, der nicht auf eine Black-Metal-Optik setzt, der diese Mystik, diesen Kult unterstreichen möchte, sondern er versucht, die Menschen hinter der Musik zu beschreiben und das teilweise einfach sehr arg geradeaus. Der macht sie nackig und da sind dann halt auch einfache Sachen bei, weil das hat man, das weiß man irgendwo unterbewusst, aber wenn man Demystifizium Satanas hört, irgendwie das Album oder Darkfloons Panzerfaust oder so weiter, dann möchte man nicht wissen, dass Fenris eigentlich ein lustiger Geselle ist, der einfach in der Kneipe auch gerne mit seinen Freunden feiert und dann möchte man auch nicht irgendwie die Partys von Mayhem dann irgendwie im Hinterkopf haben. Wisst ihr, wie ich meine? Also habe ich auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, die gucken sich den Film nicht an, weil sie es nicht zerstört haben wollen. Ich denke nicht, dass dieser Film was zerstört, wenn man jetzt nicht vollkommen naiv ist, weil man es ja irgendwie sowieso weiß. Aber man muss sich auch ganz darüber, man muss sich im Klaren darüber sein, dass der Film halt ganz andere Ansprüche hat, als ein Kult zu untermauern. Und der vierte Punkt, also das ist auch wieder so ein klassisches Black-Metal-Kritik-Klischee-Thema, das war doch keine Gruppe von Party- und Saufmettlern, wie es im Film dargestellt wird. Und ich habe den Film wirklich jetzt mittlerweile dreimal geguckt und vom ersten zum zweiten und vom zweiten zum dritten Mal, da fallen einem dann auch einfach Details ein. Und bei diesen ganzen Vorwürfen, die man dem Film gegenüber hat, und da kommen wir nachher noch zu einer ganz prägnanten Sache, nämlich die Darstellung von Euronymous und von Waag, sollte man sich vielleicht auch mal bei diesem Film ganz genau die Sache angucken und überlegen, wer macht denn da eigentlich die Party in den Film? Dad und Euronymous sitzen und schminken sich und kommen danach heraus. Die machen keine Party. Das sind so die Leute im Fenris, das sind Metallien und so weiter, die einfach Metal hören, so wie wir das alle gemacht haben oder auch immer noch machen, ums Feuer rum Headbangen und Spaß haben und saufen und so weiter. Das ist ja jetzt, also gut, das gibt dann, das wäre jetzt nicht irgendwie zu aufbrausend, da gibt es ja Leute, die dann grundsätzlich irgendwie was gegen Party haben und der Meinung sind, das passt ja alles nicht zusammen. Aber Waag-Wikernis zum Beispiel, der macht ja auch keine Party. Der taucht da in der ersten Szene da auf, als sie dort, ich glaube, vor dem Proberaum sitzen und Mucke hören. Angeblich haben die sich nach dem Morbid Angel kennengelernt oder so, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber der ist halt auch eher ernster. Wie gesagt, nur eine Phrase, da kommen wir noch zu, aber da kommen wir noch zu. Also das mit der, auch mit den, also Party ist es kein Partyfilm. Definitiv nicht. Und natürlich, und da ist ein schöner Übergang zur Kritik 5, der Humor. Ja, das mag manchmal unpassend sein. Ich bin da auch immer so eine, ich mag gern Komödien, ich lache mich gern kaputt, oder ich bin auch ein lustiger Typ wahrscheinlich. Aber es gibt halt Filme, da mag ich kein Humor. Ich sag mal so, bei Schweigen der Lämmer möchtest du ja auch nicht kaputt lachen. Sei denn, du hast ein bisschen einen in der Murmel, dann lass du dich da wahrscheinlich kaputt. Aber, ja, wie ist es denn eigentlich? Also bei Lots of Chaos, jetzt beim dritten Mal gucken, hab ich nochmal ein bisschen drauf geachtet. Das ist am Anfang, Mannheim, als er die Band verlässt und Hellhammer eintritt, schmeißt halt seine Sticks hoch oder hält sie hoch und die bleiben dann in der Wand stecken. Und so was. Und manchmal wird irgendwie ein komischer Spruch gebracht. Vielleicht soll es auflockernd sein, um andere Szenen drastischer. Man hätte es weglassen können. Das ist aber meine, so mein Geschmack an Film. Ich mag zum Beispiel so am skandinavischen Film sehr gerne, dass der eine sehr, sehr prägnante Ruhe ausstrahlt und wo viele Sachen dann auch so nicht vorkommen. Und so dieses, diese Bildästhetik, Hollywood-Style, es wird ja dann immer gleich mit Hollywood abgetan. Es ist einfach kein Hollywood-Film. Jonas Ockerlund hat sein ganzes Leben lang Musikvideos gedreht. Es ist vollkommen klar, dass das Bild entsprechend sein wird, also eine gewisse Ästhetik haben wird. Für mich ist es auch ein bisschen zu glatt. Ich mag das so ein bisschen, ich weiß, jetzt kommt ja alle auf die Gefängnisszene, crispy, ne? So, also ich mag das Bild auch so ein bisschen, so ein bisschen rauer so und vielleicht nicht ganz so von den Farben so intensiv. Also, gut, ich bin da ein Freund von VHS-Ästhetik und gucke mir lieber nochmal so einen Film auf VHS als jetzt da dick im Blu-Ray an. Ist eine Sache, kann man drüber streiten. Ja, und dann kommen wir doch mal ein bisschen zu den Aussagen. Irgendwann, das war so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann sind die die Ältesten? Ja, 2011 und so weiter, habe ich hier so ein Statement von Satyricon, als es so hieß, der Film kommt ja oder er wird gedreht oder es ist geplant, ihn zu drehen. Und dann haben sich natürlich alle aus der Black-Metal-Szene echauffiert. Beziehungsweise wird es ja bis heute gesagt so, ja, alle die in diesem Film vorkommen, boykottieren den Film, die wollen alle damit überhaupt nichts zu tun haben und eigentlich finden das alle scheiße, alle. Natürlich ist es immer nur 100%, das geht nicht irgendwie so ein Mittelweg. Und dann haben wir ein paar Sachen rausgesucht. Ich fange mal mit Dark Throne an, das ist immer so der amüsante Teil. Finder ist es einfach, der ist auf dem Boden geblieben und der sieht die Sachen locker. Der hat auf Facebook hier 2016 gepostet, About this movie concerning our Black-Metal-Situation in the late 80s and early 90s, it's the worst idea since I unsliced bread. Es ist die schlechteste Idee seit ungeschnittenem Brot. Ihr wisst, wenn ihr gelegentlich mal was von ihm liest, er hat es mit geschnittenem Brot und auf Twitter hat er dann nochmal rausgehauen, they asked us and we denied any use of any of our merchandise, logo und so weiter. Also Dark Throne sind da auch raus, kommt aber im Film Fenris auch nur wirklich am Rande vor. Sprechrolle hat er gar nicht. Satyricon mussten natürlich auch was dazu sagen. Lords of Chaos, ein unglaublich schlechtes Buch. Nehme ich an, dass auch der Film schlecht sein wird. Für Frost sei die Verfilmung des Buches gar ein parasitäres Phänomen. Lasst mich dazu meinen lästerlichen Kommentar ablassen. Wenn Satyricon es für nötig halten, als Black-Metal-Band auch dann so über die Geschichte zu urteilen, frage ich mich, wie sie es dann sehen, auf Skiveranstaltungen in Norwegen aufzutreten und zwischen irgendwelchen komischen Tänzern und auf Major-Label zu veröffentlichen. Aber das geht jetzt, da komme ich jetzt selber, da gehe ich jetzt, wisst ihr, da werde ich dann selber so und gehe in diese Richtung von Black-Metalern, über die ich dann immer kritisch etwas rede, wenn ich über Kommerzvorwürfe und hier diese Party- und Saufmentalität spreche. Also so dieses Engstirniger und so weiter. Was Mark Vickernis erzählt hat, das habt ihr alle irgendwann mitgekriegt. Ich meine, das Video hier findet auf YouTube statt. Mark Vickernis fand nur noch auf YouTube statt, bis sie ihn seinen Kanal gelöscht haben. Lots of Chaos, a film about ideas, according to the director. I think he used the wrong preposition. It's a film by ideas, isn't it? Ja, und davon ganz viel. Interessant wird es jetzt bei Mayhem, weil die waren ursprünglich auch komplett dagegen. Ich denke auch, dass sowieso von vielen Black-Mittlern erwartet worden ist, also Bands, dass sie sich negativ äußern. Und Nico Butcher hatte eben im Slug-Magazin 2017 noch gesagt, It pissed me off that people make movies about our life and don't even bother to consult or contact you. I told them I had to read the script before guaranteeing any use of the music for the film. And after reading through his absolute bollocks and far from fact and reality script, I said no to any collaboration. Also Nico Butcher komplett dagegen, keine Zusammenarbeit und nix. Und angeblich haben ja auch alle Bands gesagt, sie möchten nicht, dass Musik verwendet werden. Das war auch so das Erste, was ich damals, als ich das erste Mal von der Verfilmung gehört habe, gehört habe, dass eben keine Musikerlaubnis gegeben worden ist. Mittlerweile, und da ist Mayhem eben die Band, da hatte sich das alles ein bisschen geändert. Die haben ihren Frieden damit gemacht. Sie haben natürlich zugestimmt, dass Musik verwendet werden darf. Über die einzelne Musik, die im Film vorkommt, habe ich hier auch was vorbereitet. Und Jonas Ockerlund sagte auch, und das muss dann auch schon lange vorher stattgefunden haben, wäre nicht die Freigabe der Musik von Mayhem da gewesen, hätte er diesen Film nie gedreht, was dann auch irgendwie überhaupt gar keinen Sinn macht. Alles andere konnten sie irgendwie so ein bisschen umgehen. Bei Mayhem musste einfach ein gewisser Klassiker drin haben. Also ohne Freezing Moon oder Funeral Fog ist halt ein bisschen schwierig. Und ich weiß halt auch, dass zum Beispiel Wilson Gonzalez Ochsenknecht und die gesamte Crew sind, als sie in Oslo gedreht haben, noch zu einem Mayhem-Konzert eingeladen worden und haben so überlegt, gehen wir da jetzt hin so, weil die finden den Film eh scheiße. Und es war nicht der Fall. Helmer fand den Film wunderbar. Nico Butcher hat auch alles andere als negativ geredet. Und sagen wir mal ehrlich, für Mayhem ist das Ganze nun wirklich. Also wenn irgendwer wirklich profitiert von diesem Film, dann ist das Mayhem. Also wie mir das halt auch so gesagt worden ist, die verkaufen jetzt mehr Konzert-Tickets, ist alles ein bisschen größer. Und ja, Konzerte spielen ist für Mayhem wichtig. Ihr wisst, wie viele Live-Alben sie gerne veröffentlichen. Von daher denke ich, dass da der Frust der Herrschaften nicht ganz so groß ist. Attila ist auch gut befreundet mit Jonas Uckerlund. Und ein ganz spannendes Ding noch, was ich leider nicht zuordnen kann, vielleicht kann mir das jemand sagen, The True Mayhem Collection auf Facebook ist eine Seite, die ganz viele Bilder postet von, ja, museumsandächtigen Bildern, von T-Shirts und von signierten, alles, Erstauflagen und so weiter. Ich weiß, ich frage mich, wer dahinter steckt. Weil die wissen so viel, die haben so viel Info und so viel an Fotomaterial, dass ich mir manchmal denke, ist das der von Nays Blood Records, also die, die dort im ehemaligen Helvetestore dort sitzen oder einer aus der Nähe der Band und die haben halt nach dem Film gepostet und das ist jetzt auch so das Letzte, bevor wir zum Cast gleich kommen. The True Mayhem Collection und das hat Mayhem wohl selber nicht geschrieben. Wie gesagt, nur noch mal betont. This movie based on real events. It's not the truth. They have made simplifications, shortcuts and exaggerations. There are timeline issues and facts are sometimes wrong. But it's a good movie. Be careful, you might get positively surprised when you watched it and when nobody sees you. Blöderweise, ja gut, wie gesagt, ich weiß, mein Englisch ist nicht so deutlich, übersetzt mal kurz. Der Film hat natürlich Timeline-Probleme, es sind kleine Fehler dabei, aber es ist ein guter Film und ja, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, sowohl als ich bei der Kino-Premiere war, als auch immer, wenn ich von Leuten gehört habe, der Film muss scheiße sein, die den Film dann geguckt haben. Klar, waren welche dabei, die dann noch gesagt haben, ja der Film ist absolut scheiße, aber es waren eine ganze Menge Leute dabei, die gesagt haben, okay, ich finde ihn jetzt zwar nicht gut, den Film, aber ich habe was komplett anderes erwartet und für das war der wirklich in Ordnung. Also, der Film macht auf einer gewissen Ebene schon einiges richtig und ich denke, gerade deshalb, weil er sich sehr emanzipiert von gewissen Dingen, die man von dem Film erwartet hatte, dass er zum Beispiel die gesamte Szene Norwegens darstellen soll, zu Beginn der 90er oder Ende der 80er, also das tut er ja halt nicht. Jetzt wird der Cast, jetzt kommen wir mal ein bisschen ins Thema rein hier, wo sind wir ja schon? Doch, ja doch, haben wir auch nicht wieder was. Euronymous, Wackwickern, das kommen wir gleich im Speziellen zu. Dead, gespielt von Jack Kilmer, mit Abstand die beste Leistung im Film. Also, ich glaube, zu dem Thema Dead, da ist man sich mehr oder weniger, wenn man den Film jetzt nicht total verreist, auch einig, das ist wirklich sehr gut dargestellt von dem Schauspieler. Ich finde, dass dieses Thema Depression sehr gut dargestellt worden ist. Ich finde Dead in dem wieder, was ich über ihn gelesen habe und muss sagen, dass die Situation, wo er, ja, kurz bevor er sich umbringt, die sind wirklich sehr gut gemacht und fand ich auch sehr, sehr beklemmend, als ich das das erste Mal gesehen habe. Was ich als Kritik dazu sagen muss, ist, dass der Auftritt in Yesheim, der dort in dem Film gezeigt wird, und der Selbstmord, zwei verschiedene Geschichten sind, in dem ein Jahr liegt. In dem Film wirkt es so ein bisschen so, als ob er direkt von der Bühne mehr oder weniger dann im Proberaum sitzt und sich umbringt. Es ist ein Jahr vergangen, in der man dann, in der wohl auch von Euronymous relativ viel harsche Versuche unternommen worden ist, Dead immer weit unten zu lassen. Also, wir reden gleich darüber, über die Darstellung von Waag und Euronymous, aber dass Waag zum Beispiel Dead arg zugesetzt hat, weil er nämlich wollte, dass der Schön immer scheiße drauf ist. Das ist da leider ausgespart worden. Ja. Interessant auch, Wilson Gonzalez Ochsenknecht hat eben Snorre gespielt, Blackthorn, wird in dem Film nur der Fahrer genannt. Und das war auch die ganze Zeit so, dass dieser Name so nicht erwähnt worden durfte und der junge Ochsenknecht auch dazu angehalten worden ist, doch bitte nicht zu sagen, dass er Snorre Ruch spielt von Thorns. Wäre jetzt auch nochmal eine schöne Sache im Film, aber wenn ich schon sage, so mit Faust war das schon zu viel. Aber dass Snorre Ruch natürlich wahnsinnig wichtig war und auch als großer Einfluss gegen den Gitarrist gesehen worden ist, ist jetzt für diesen Film auch zu viel. Aber er wird halt in dem Film nur als der Fahrer genannt und er redet, wie gesagt, auch gar nicht sonderlich viel. Und Snorre wollte halt in diesem Film nicht, wollte nicht beteiligt sein, möchte absolut nichts damit zu tun haben. Fenris wollte ich jetzt einfach nur kurz gesagt haben, weil viele sich gewundert haben, wo Fenris denn auftaucht, wann man den denn sieht. Und da gebe ich euch mal einen kleinen Tipp. Ihr guckt euch mal das Isengard Höstmörke Cover an und da steht er ja vor so einer Holzhütte und hat ein Amulett um den Hals. Das hat er relativ häufig um. Das siehst du auch auf vielen Darkflown-Bildern. Und achtet mal in dem Film da drauf, wenn die ganze Gruppe da zusammentrifft, wer dieses Amulett trägt, weil das ist Fenris. Den siehst du bei der Helvete-Eröffnung. Und als sie dann unten in den Keller gehen. Das als Hinweis. Ja, Anne-Marie, gespielt von Sky Ferreira. Im Grunde genommen belanglos, historisch nicht existent. Habe ich was zugesammelt. Euronymous und Frauen hier auch als Thema. Ja, Walter Skarsgård als Faust. Möchte ich jetzt nicht zu viel, weil sonst artet das zu sehr aus. Aber gut gespielt, würde ich sagen. Es kommt gut rüber. Aber auch dieses Ding, gut, wenn man davon ausgeht, dass er den Homosexuellen getötet hat mit dem Messer, weil er wissen möchte, wie es ist, jemandem ein Messer in den Bauch zu rammen. Das wurde in dem Film aufgebaut. Und wenn es wirklich so den Tatsachen entsprach, gibt es ja auch Gerüchte, dass er selber homosexuell sein sollte. Das weiß ich nicht. Und deshalb lassen wir dieses Thema. Hellhammer, Metallion, Necrobütscher sind ja, lassen wir jetzt mal außen vor. Also wenn du dir alte Bilder von Metallion anguckst, da ist der schon sehr gut getroffen, finde ich. Das muss man sagen. Und was noch ganz interessant ist, Attila wird von seinem eigenen Sohn gespielt. Und der sieht scheiße nochmal genauso aus, wie er da ausgesehen hat. Musik. Die Musik von Mayhem war nie ein Problem. Und es kommen folgende Szenen vor, in denen für diesen Film wichtig Musik gespielt wird. Natürlich auch noch Filmmusik dabei. Ich glaube, die Sarko Fago sind dabei und Sigour Rost auch noch und so weiter. Im Proberaum wird spielen Mayhem. Ich denke, das haben die improvisiert. Also direkt mit echten Instrumenten. Also ich habe gehört, Jonas Ockerlund hat gesagt, die haben immer versucht, aus verschiedenen Mixen irgendwas sich so zusammenzudrehen und so weiter. Aber ich denke, bei der Proberaum-Geschichte, das haben die gut und gern auch irgendwie selber spielen können. Oder wenn jetzt der Rory Culkin nicht selber Gitarre spielen kann oder wie auch immer, dann haben sie halt das Ganze da vom Band laufen lassen oder wie auch immer. Das ist, ja, irgendwie das Morbid-Demo, was sie im Auto hören, da kann ich leider gar nichts so sagen. Das ist so stumpf zu hören und da hätten sie irgendwas abspielen können. Da hörst du gar nichts. Der Mayhem-Gig in Yesheim ist interessant. Denn da wird ein Song gespielt. Und auch in so einer schönen Video, in so einer schönen, na, ja, Videoclip-Ästhetik. Und wer jetzt von Metallica, muss ich mal kurz einblenden, weil ich das vergessen habe, wie das heißt hier, von Metallica, als sie ein letztes Album rausgebracht haben, haben sie zu dem Clip nämlich auch ein Video rausgehauen. Und da sind nämlich die Schauspieler alle als Mayhem auf der Bühne. Und dieser Yesheim-Gig, der hat, wie gesagt, ein Jahr vor Dead's Tod stattgefunden. Ich weiß es nicht, woher sie diese Aufnahmen haben, denn der Gesang, das ist Dead im Original, bin ich mir ganz sicher. Ich denke, das kannst du auch nicht faken. Genau wie nachher in den Grieckhallen mit Mayhem. Das müssen sie irgendwoher haben. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass das irgendwie was sein muss von der Live in Leipzig. Weil der Yesheim-Original auftritt, der ist zwar auch aufgenommen worden, in einer unfassbar furchtbaren optischen Qualität, und der musikalischen genauso. Und wenn du dann eben dieses ganz markante When it's cold and when it's dark von Dead hörst, das erinnerte, das sagt er dort auch in Yesheim, dazwischen fangen sie dann aber nochmal an, ihre Instrumente zu stimmen und es passt auch alles nicht so. Ich weiß es nicht. Und ich glaube irgendwie, also ich habe die Vermutung, dass das Live von Leipzig, weil das auch eine der besten Live-Aufnahmen so ist, die ist qualitativ einfach super und die haben sie dann irgendwie wahrscheinlich ein bisschen entstellt oder so. Ja, dann kommen wir zu einem schönen Ding. Ich freue mich schon die ganze Zeit da drauf, weil das ist so ein Filmfehler, den habe ich so für mich entdeckt und ich bin mir hundertprozentig sicher. Wir machen einmal kurz Pause zum Durchatmen. Es kommt die Szene im Film, wo Varg Vikernis Euronymous ein Tape in die Hand drückt. Er packt das vorher ein und das ist ganz offensichtlich, es ist das zweite Demo. Ja, und das hört sich Euronymous an und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist echt ein Fehler, den man sich hätte sparen können, denn man hört Gesang. Ohne Scheiße, ich habe mir das jetzt dreimal angehört. Der setzt die Kopfhörer auf. Man kann dann sagen, das ist ganz einfach, weißt du was, der setzt einfach Kopfhörer an. Varg Vikernis wollte nicht, Varg Vikernis wollte nicht, dass seine Musik verwendet wird. Machen sie irgendwas, ein bisschen rauschen und so weiter, klappt schon. Und dann hörst du da ein Schrein. Jetzt fragt ihr, warum redet der denn so viel darum? Ja, weil das zweite Varg Vikernis Demo, das ist ein Instrumental. Und das hat einen wahnsinnig dumpfen Sound auch noch. Es ist nicht das, das ist so eine Sache, da frage ich mich, du hast da so eine Spitzfindigkeit, so viel Detailgetreue versuchst du dort, du hast so lange Recherche und dann macht er sowas. Das hätte nicht sein gemusst. Was wirklich gut gemacht worden ist, das ist dann, als Varg Vikernis in die Krieghallenstudios gegangen ist, um aufzunehmen. Da haben sie irgendwie was genommen, was hier von der Burzum Aske, die Burzum, die ja die erste Geschichte von ihm gewesen sein, wahrscheinlich auch so der erste Song hatte, so ein bisschen inspiriert danach. Es ist nicht der Song, aber die haben irgendwas so gespielt, was relativ monoton war und irgendwie dem so entsprach und einfach nach Burzum klang, ohne Burzum zu sein. Diese Szene, wo er da aufnimmt und natürlich Euronimus vollkommen gefrustet ist, weil er sieht, dass Varg Vikernis das alles total gut drauf hat und da einfach echt was abreißt. Das ist schon köstlich. Also das ist wirklich gut gemacht. Naja, und dann hast du die Mayhem-Aufnahmen zu Demistris du um Satanas zusammen mit Attila. Tja, Necrobücher hatte die Band ja verlassen, weil Euronimus fest der Meinung war, dass er den Kopf von den Abgeschäuert, den, ja, das Foto von Dad nach seinem Selbstmord unbedingt verwenden wollte. Das war für ihn nämlich absolut nicht okay. Und dann wurde dort überlegt, dass man eine andere Kirche in die Luft jagen sollte und die dann aufs Cover blablabla lange redet. Ich denke, dass sie dort, entweder haben sie Ruheaufnahmen genommen von Mayhem oder es ist sogar wirklich von der Demistris um Satanas, die sie nur ein bisschen, vielleicht ein bisschen schlechter gemacht haben, wenn überhaupt. Aber natürlich, du kannst auch den Attila-Gesang nicht faken und von daher muss das irgendwas Originales gewesen sein und ich kann mir gut vorstellen, dass das, ich hab's jetzt nicht, also die richtig finstere Nerds, die hätten sich das jetzt noch aufgenommen und die hätten so die Wave-Dateien wahrscheinlich noch verglichen und geguckt. Aber die Mühe hab ich mir jetzt nicht gemacht, das tut mir leid. Ich geh aber schwer davon aus. Und da wir wissen, dass Mayhem Musik verwendet werden durfte, fasse ich hiermit zusammen. Wurzum sehr gut gelöst und mit Mayhem hatten sie ja nicht so die großartigen Probleme. Einer der spannenden Punkte auch und viel, viel, viel kritisiert die Darstellung von, insbesondere Wack-Wickernes und auch in Bezug zu Euronymous. Und ich habe den Film jetzt so häufig gesehen, dass ich sagen muss, dass ich am Anfang ein ähnliches Bild hatte wie alle, nämlich, dass Wack-Wickernes als Idiot dargestellt wird und Euronymous als der große, gegen Ende moralisch geläuterte. Aber irgendwann, wenn du den Film noch ein paar Mal gesehen hast, merkst du oder du stellst dir vor, ist das denn wirklich so? Ich stelle dir diese Frage erstmal, ist das denn wirklich so? Und ich werde nachher zu einem relativ wahrscheinlich für euch merkwürdigen Ergebnis kommen, weil ich nämlich den Eindruck habe, dass diese Annahme, dass einfach Wack-Wickernes und auch er selber hat sich ja auch über sieben Videos darüber aufgeregt, die ja dargestellt wird, aber überhaupt gar nicht so enorm negativ ist, wie sie dargestellt wird von Leuten im Internet, wie auch immer. Man muss nur aufs Detail gucken. Das ist genauso wie mit den Party-Mäddlern. Wer macht denn Party eigentlich in dem Film? Und in diesem Fall fangen wir jetzt erstmal an. Das erste ist natürlich, Wack-Wickernes wird von einem Juden besetzt. Hier, wie heißt er nochmal? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Emery Cohen von einer Statur vielleicht etwas unpassend gewählt, dass er ausgerechnet von einem Juden porträtiert wird. Kann man drüber lachen, kann man mit einem Augenzwinkern sehen. Ich denke schon, dass Jonas Ockerlund sich ein bisschen was dabei gedacht hatte. Eine gewisse Bissigkeit würde da sicherlich drin liegen. Aber gucken wir uns trotzdem das nochmal genauer an. Wack-Wickernes wird in diesem Film definitiv paddelig dargestellt. Also sehr ungeschickt und unbeholfen in seiner Art. Das siehst du, wie er am Anfang Euronymous anrempelt, wie er ihn versucht, in dem Dönerladen anzusprechen und ihm einfach nur sagen möchte, dass der Gig gut ist. Als schüchterner Typ. In der Realität oder das, was Vivac immer dargestellt wird, so in den Medien oder in den Interviews und was man so liest, heißt es immer, also in der Realität, er ist so ein sehr smarter, ein sehr intelligenter Typ. Das kommt nicht gut rüber. Das stimmt. Das muss man sagen. Und im Gegensatz, dann hast du Euronymous, der als der krasse Typ dargestellt wird, der hier den True Norwegian Black Metal erfunden hat, der ein Label hat und im Grunde genommen eigentlich nur ein Marketing-Genie ist und dann gegen Ende sogar auch noch moralisch geläutert über alles reflektiert, was passiert ist. Ja, das jetzt einfach mal so dahingestellt. Aber das, was mir irgendwie irgendwann aufgefallen ist, ist Folgendes. Es ist richtig, dass Vagwickernis als sehr, sehr, aber nur von seiner Art und Weise ungeschickt dargestellt wird. Von dem, was er aber sagt, wesentlich näher an dem dran ist, was man unter dieser Black-Metal-Mystik und unter diesem Kult versteht. Denn jedes Mal, wenn Vagwickernis in diesem Film den Mund aufmacht und mit Euronymous redet, ist immer er, der dem es um den Ernst geht. Und es ist immer Euronymous, der auf der anderen Seite steht und sagt, ja, das müssen wir aber so vermarkten und mir dieses Vermarktungsding raushauen. Und immer sagt, ja, das müssen wir so, wir werden ganz groß. Und ja, natürlich sagen wir irgendwie, die Sachen sind limitiert, weil dann kaufen sie die Leute. Der dann irgendwie sagt, es muss einfach Black Spell of Destruction heißen, weil Spell of Destruction zu wenig ist. Und das zieht sich durch diesen ganzen Film und das finde ich im Nachhinein betrachtet wirklich sehr, sehr geschickt gemacht, wie sich das Ganze aufbaut. Dass du am Anfang zwar diesen Euronymous hast, der so als der, ja, die zentrale Figur in diesem schwarzen Zirkel gilt, dadurch, dass er der Erfinder von Mayhem ist und dass er auch diesen Helvete-Store hat und durch diese krassen Auftritte, aber eigentlich immer mehr an Farbe verliert über den Film hinaus und Black Vickernis selber eigentlich immer mehr auffährt, immer brutaler wird, immer mehr sagt, ja, wir müssen Kirchen anzünden, dass er überhaupt das erste Mal macht. Natürlich, da hast du natürlich auch diese Sache, wie die sich gegenseitig alle hochpushen. Also der eine brennt eine Kirche ab und dann geschieht der erste Mord und es wird reflektiert von den Leuten als, ja, das ist ja cool und das ist einfach der nächste Schritt und wir werden weltberühmt. Das ist ja dieser kranke Aspekt aus dem Ganzen. Wie es jetzt in der Realität gewesen ist, weiß man nicht, aber dass die sich natürlich gegenseitig hochgepusht haben und es dadurch natürlich eine ganz andere Nuance gehabt hat, wurde zu dem Thema mal gefragt, so was denn eigentlich diese sogenannte zweite Welle Black Metal, also diesen norwegischen Black Metal ausmacht. Das ist natürlich diese krasse Geschichte, die es hat, wäre aber so niemals so intensiv, wenn die Musiker da hinten nicht so genial gewesen wären, also geniale Musiker gewesen wären, die so großartige Alben aufgenommen haben, die ja wirklich zum damaligen Zeitpunkt was sehr Innovatives gewesen sind und wie Jonas Ockerlund auch richtig feststellt, sehr gute Fotografen gewesen sind. Also die ganzen Bilder, die man aus der damaligen Zeit kennt, diese ganzen ikonischen Bilder, das sind super ausdrucksstarke Bilder. Vergleich das einfach mal mit, na gut, vergleich das einfach mal mit versuchten Black Metal Fotografien aus der heutigen Zeit. Gut, heutzutage hast du halt ganz andere Möglichkeiten und man fiel mit Photoshop und so weiter früher, aber das war ja ganz anders so. Und jetzt einfach noch mal, wie habe ich das hier hingeschrieben? Ja, Eronymus hingegen zu Beginn sehr kalt berechnend, Marketinggenie Eronymus, zur Kehrtwende, zu den moralisch Reflektierten und jetzt überlegen wir uns doch mal, was macht denn Black Metal aus? Black Metal ist doch nicht irgendwie plötzlich festzustellen, dass das alles gar nicht so gut war, dass das alles viel zu krass ist und Haare abschneiden und eine Platte auflegen und sich entschuldigen und die Rechte übertragen. Im Endeffekt ist Waag-Wickernis in diesem Film der, der am Ende am nächsten das repräsentiert, was Black Metal eigentlich ist. Ist eine gewagte Aussage, ist eine sehr gewagte Aussage so, aber ich finde, dass das so sehr rüberkommt. Wenn natürlich auch an allen Ecken und Kanten versucht wird, Waag-Wickernis als Idioten darzustellen. Also gerade so die Interviewszene mit der norwegischen, mit dem norwegischen Tages- oder Wochenblatt, was heißt es gewesen ist. Ganz klar, solche Sachen. Aber das wollte ich noch mal so gesagt haben. Und da finde ich übrigens eine Sache, die ist mir auch noch aufgefallen. Es wird immer so viel darüber gelacht, als er Euronymous am Schluss umgebracht hat und er sich dann noch in aller Seelenruhe ein Kakao macht. Das ist mir erst beim dritten Mal aufgefallen. Nämlich als sie am Anfang so langsam dabei sind, sich kennenzulernen, Euronymous und Waag-Wickernis und Hellhammer, wollen sie Bier zusammen trinken. Und Euronymous bietet Waag-Wickernis ein Bier an und er sagt, er trinkt kein Bier. Und Hellhammer fragt ihn, ja, willst du lieber eine Milch haben? Und das lässt diese Szene am Ende noch mal im ganz anderen Licht erscheinen. Fast schon so als etwas, ja, also ich trinke zwar eine Milch, aber ich bringe mich dafür um. Also das ist eigentlich, wenn das so geplant gewesen ist, ziemlich geschickt gemacht. Ja, das ist genau das. So, und jetzt sind wir hier schon weit. Euronymous und Frauen. Ja, haben wir schon gesagt, das ist wirklich so eine Sache, da frage ich mich dann, hättest du das gebraucht? Und da sagt natürlich jeder, so eine Story braucht halt auch eine Frauengeschichte. Frage ich mich dann auch immer für Filme, ob das notwendig ist. Du hast es in jedem Film, irgendwie, es kommt in jedem Film vor. Jonas Ockerlund macht da wenigstens kein Hehl draus und sagt, dass es genau so ist. Die Figur ist erfunden, diese Frau hat in dieser Form nicht existiert, aber trotzdem, weil ich mir so sicher war, bevor Wack Wickernes gesagt hat, dass diese Frau nicht existiert, war ich mir so sicher, irgendwo gelesen zu haben. Der Mord an Euronymous hatte drei Gründe. Entweder ging es um Geld oder es ging um Neid und irgendwie was mit den ganzen Plattengeschichten. Das ist ein Punkt gewesen. Der zweite Punkt wäre jetzt, dass Euronymous versuchen wollte, Wack Wickernes umzubringen. Also die klassische, ich habe mich nur selbst verteidigt. Also ich fahre extra zu Euronymous hin und verteidige mich dann selber. Und der dritte Punkt, dachte ich, dass das was mit Frauen zu tun hat. Und deshalb habe ich nachgeforscht. Und ich habe ein bisschen was gefunden. Jonas Ockerlund selber hatte gesagt, dass er auch sich ein bisschen Bilder aus der Zeit angeguckt hat. Ich lasse hier mal ein bisschen was einblenden. Dafür habe ich auch einen schönen Blog gefunden. Ihr werdet sowieso in der Beschreibung diesmal eine ordentliche Quellenliste finden und hatte bei Bildern, die so kurz vorm Ende waren, immer so eine Frau gesehen, die er nicht zuordnen konnte. Und ich habe da auch eine gefunden, eine blonde. Das ist Janike Langgott. Die hat ja 2017 eine Demo mit ihrem Projekt Vitriol rausgebracht und tauchte zu der Zeit irgendwie mal auf Bildern auf. Wer das jetzt sonst ist? Keine Ahnung. Aber was ich noch gelesen habe, war in einem Interview mit Morty Ease. Eine gewisse Ilsa Ralluc... Angele. Angele. Keine Ahnung. Ich blende das hier ein, dann wisst ihr, wie das heißt. Ist auch eine Frau, die dort immer aufgetaucht ist. Ihr werdet sie vielleicht kennen durch das Wond-Cover, Selfmord hier von Morty Ease. Da ist nämlich die Dame seine damalige Freundin und angeblich laut Medien Waag-Wickernis Ex-Freundin und eine gemeinsame Freundin von Euronymous und Waag. Und das finde ich eigentlich schon mal ganz, ganz, ganz spannend. Das ist doch... Wie gesagt, wir wissen, es ist erfunden. Die Frauengeschichte hat so nicht stattgefunden, aber dass irgendwie trotzdem das so zusammen war. Waag-Wickernis ist ja fest der Meinung, dass er schwul war und hatte dort auch in Lords of Chaos ein paar Dinger rausgehauen. Aber da muss man schon mal sagen, das ist ja... Wie weit man das jetzt nimmt, dass er da irgendjemanden kennt, der in seiner Schublade scheiße geschmierte Dildos gefunden hat. Also ich denke mal, muss man auch ein bisschen auf dem Boden bleiben. Und eine Sache hatte ich noch gefunden, als ich so ein bisschen nach Euronymous und Girlfriend gesucht hatte. Es war so ein bisschen bizarres Interview aus einem auch dem Namen entsprechenden Magazin. Ich habe da keine weiteren Infos. Ich blende euch das ein. Ich habe den Link dazu. Könnt ihr euch mal durchlesen, ob das jetzt irgendeinen Wahrheitsgehalt hat oder ob das nicht irgendwie mehr sowas wie... Ich kenne damals die Bravo Love Stories und mein erstes Mal. Ich glaube, die denken, werden wahrscheinlich alle den gleichen Wahrheitsgehalt haben. Ja. Und so langsam kommen wir zum Ende. Ich hoffe, ihr mögt so ein paar Snacker Stories. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt spannender ist, wenn man den Film gesehen hat und das Ganze noch mal Revue passieren lässt oder man ihn dann nicht kennt. Aber ich möchte noch einmal jetzt, wo wir zum Ende kommen, auf dieses Hollywood-Kino, auf Party-Kits, alles falsch, Party versus Kult, der Film gebiert eine Masse an neuen Kids, die Black Metal plötzlich cool finden. Und da habe ich ein schönes Statement von Eric von Wattain gefunden. Das lese ich euch jetzt noch mal vor, weil da bringt er das, denke ich, auch gut auf den Punkt. Im Metal Hammer hat er das Januar 2019 gesagt, auf metalhammer.de. Ich habe den Film gesehen und er ist überhaupt kein Tor zum Black Metal-Wissen. Es ist ein Film über Jugendliche, die viele extreme Dinge tun und ich glaube nicht, dass die Leute aus dem Film rausgehen und denken, sie wüssten eine Menge über Black Metal. Stimme ich hundertprozentig zu. Sie gehen raus mit dem Gedanken, dass sie einen ziemlich heftigen Film gesehen haben. Ich meine, der Punkt, an dem der Black Metal in den Mainstream-Medien zu viel Aufmerksamkeit erfuhr, das war bereits vor 15 Jahren. Richtig. Vielleicht sind mittlerweile die Bühnen ein bisschen größer. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Behemoth zum Beispiel heutzutage auf größeren Bühnen oder Watain spielen, als damals zu Enthrone oder nach späteren Zeiten die Muborgia. Aber, finde ich auch so. Black Metal wird immer im Geiste derer weiterleben, die ihn mit Würde und Ehrfurcht ausführen und ich bin stolz, mich als einer von ihnen zu bezeichnen. Ja, das ist auch mal ein bisschen pathetischer, aber ich sehe das halt auch so. Weißt du, wenn du keinen Bezug zum Black Metal hast, dann wirst du nach diesem Film auch keinen Bezug dazu haben und du wirst, und natürlich mag es Leute geben, die diesen Film sehen und natürlich aus Neugierde dann sich vielleicht ein paar Black Metal-Sachen anhören. Aber wenn du mit der Sache grundsätzlich nichts anfangen kannst, dann, ich halte ja sowieso, oder sie ist immer so ein bisschen kritisch, so auch immer diese Hype-Sachen oder Sachen anhören, nur weil sie angesagt sind. Man hört ja privat zu Hause auch eigentlich nicht Musik, die man scheiße findet, so, und nur, weil die irgendwie angesagt ist. Also mag es geben sowas, aber man hört ja nicht wirklich oder investiert viel Zeit darin, Musik zu hören, die einem einfach nicht tangiert. Das dazu, das hatte ich da gerade, während ich geredet hatte, noch einen anderen Gedanken im Kopf stehen, lassen wir jetzt erstmal. Ich habe hier noch so ein paar Filmfehler und Details so schön zum Ende. Ich mache es nochmal so, um alle ein bisschen zu ärgern, die jetzt zum Ende gespult haben, weil sie bei der Verlosung teilnehmen möchten. Ich verlose drei dieser Filme, bitte innerhalb der nächsten zwei Wochen, Datum und so weiter, blende ich ein. Normalerweise stelle ich immer noch eine Frage, habe allerdings ein bisschen die Feststellung gemacht, dass wenn es um Gewinnspiel geht, manche Leute dann auch einfach so irgendwas raushauen und das dann nicht ernst meinen, sondern einfach nur die Frage irgendwie beantworten, weil sie gerne teilnehmen möchten. Ich sage einfach mal, macht Hashtag, ich will den Film gewinnen und schreibt einfach dazu, weil ihr von dem Film haltet. So, irgendwie. Oder schreibt irgendwas nettig. So machen wir das, das ist doch gut. Ja, was habe ich denn hier noch? Doch, zwei, drei noch nette ganz Sachen habe ich hier. Euronymous hat sich am Schluss die Haare abgeschnitten. Fand ich merkwürdig, habe ich so nicht gehört. Habe ich zwei Sachen zu gelesen im Kerang Magazin, kann man von halten, was man will. Die haben noch so ein paar Filmfehler rausgearbeitet, die schrieben, dass das so nicht stimmte, weil das erst irgendwie bei der Obduktion stattgefunden hat, das Haare abschneiden. Jonas Ockerlund wiederum, der hat gesagt, wir kommen gleich nochmal zu einem weiteren Polizeibericht, aber der sagt, im Polizeibericht steht, dass er die Haare sich vorher abgeschnitten hat. Weiß man nicht. Irgendwie, das bleibt wohl immer umgeklärt. Die Sache mit dem Scorpions-Patch bei Vag Vigganes, was ist denn das für ein Scorpions-Bashing? Das ist so eine geile Band. Fahrt mal runter, hört euch mal Love Drive an das Album und dann vergessen wir die Sache, ob er den Patch jetzt gehabt hat. True Norwegian Black Metal als Phrase. Ich habe das das erste Mal gelesen und zwar auf der Dark Throne Under a Funeral Moon. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich im Kontext von Mayhem so früh verwandt worden ist. Könnt ihr mir das beantworten? Weil was ich zum Beispiel, ich hole das jetzt hier nicht runter, weil da fliegt mir ja alles runter, meine schöne Slayer-Mag-Sammlung von Metaillon, die benutzt nämlich häufig im Zusammenhang, wenn er was geschrieben hat, eine andere Phrase und zwar The Originators of Northern Darkness. Und ich meine, dass ich das sehr häufig gelesen habe. Aber so True Norwegian Black Metal, das verbinde ich auch gerade in der heutigen Zeit in erster Linie mit Capacian Forest und Toker so, die das sehr viel benutzen. So, das ist unwichtig. Schöner Punkt, hätte ich sonst gar nicht, wäre mir sonst gar nicht aufgefallen, aber einer, vielen Dank, als ich am Dienstag nochmal gepostet hatte, dass ich dieses Video machen würde, der schrieb am Schluss, vor seinem Tod legt Euronymous eine Platte von Tangerine Dream auf. So, macht Sinn erst mal, weil Tangerine Dream hat einen Bezug zu Mayhem. Insofern, könnt ihr ja mal gucken, wer Silvesteranfang geschrieben hat. Und die waren wohl auch irgendwie befreundet, hatten Kontakt gehabt und dieses Silvesteranfang ist eben, also das Schlagzeug, das ist von Tangerine Dream. Jetzt ist es aber so, also jetzt klingt das natürlich logisch, dass er die Platte auflegt und es ist natürlich dramaturgisch natürlich doch nochmal eine schöne Sache, wenn man Hintergrundwissen hat. Aber laut der Mayhem-Kollektion war die letzte Platte, die er gehört hat, Cyborg von Klaus Schulze. Und da sind wir jetzt nochmal in dieser Situation, wo Jonas Ockerlund natürlich sagt, also er hat den Polizeibericht gelesen und als sie reingekommen sind, da ist die Nadel am Ende der Tangerine-Platte gewesen. So, das weiß man jetzt nicht. Jetzt weiß man nicht, woher man auf die Idee kam, dass es Klaus Schulze gewesen ist. Letzten Endes, und das ist ja eine schöne Überleitung dazu, dass ich über Tangerine Dream und Klaus Schulze nochmal sprechen wollte, es schon hätte tun können, als ich über Synthwave gesprochen habe, es aber ein bisschen nochmal ganz sachte ergründen möchte, wenn ich über Dungeon Synth spreche. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich es schaffe vor der Sommerpause. Die anderen Shows, die ich gesagt hatte, die kriegen wir auf jeden Fall hin. Und damit schließen wir. Ich habe einen ganz trockenen Hals, Kenners. Und deshalb weiß ich jetzt auch gar nicht, ob ich da noch viel weiterreden soll. Ich habe so viele Fakten genannt. Ich hoffe, das war nicht so viel Blablabla. Ich habe mir eine Menge aufgeschrieben. Kenners, das war's. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Und nicht vergessen, immer einen eigenen Kopf machen. Nicht so viel auf das für jemand andere sagen. und nicht so viel auf das für jemand andere sagen. Aber das war's.